So Leute, willkommen zum brandneuen Part von Let's Play Paper Mario Sticker Star. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, heute einen kurzen neuen Part zu machen von Let's Play Paper Mario Sticker Star. Wir machen gleich weiter, bis gleich bei der Video. Und los geht's. Ja, uh scheiße, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So, wow, willkommen zum neuen Part von Let's Play Paper Mario Sticker Star. Ich nehme es gerade auf, am Sonntag. Das war das einzige Video, das ich hochgeladen habe, am Sonntag. Und auch gleichzeitig, ja, an diesem Tag auch, ja, das Playt habe. Das Playt hatte und auch, ja, hochgeladen habe. Weil es gab halt, wie gesagt, sehr schlimme Probleme mit dem Internet. Es war sehr schlimm. Und jetzt freue mich drauf, dass wir heute einen neuen Part machen. Hier, einen kleinen Part ungefähr 10 Minuten machen wir nur, sonst dauert es für so lange. Aber gut, 10 Minuten sind ja, schön. Wenn man die mal hat, finde ich. Oder, ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich sehr schön. Schöne Sachen, die man hat. Ein ziemlich erbrechtiger. Ja, Kastell. Für eine Handvoll Goombas. Wollen die vielleicht irgendwelche Komplexe kompensieren? Hm, ich spüre diesen Kastell die Macht eines Rollerallstickers. Diese Macht hat Bowser ja um den Verstand gebracht. Wer weiß, was sie mit diesem Ort angestellt hat. Wir sollten besser aufpassen, Mario, ja. Danke. Ja, also sonst hier war eigentlich gut. Nur wie gesagt, im Internet gab es Probleme. Aber sonst habe ich eigentlich gute Laune gehabt. Dafür habe ich ja die Zeit genutzt und habe ein bisschen für mich gezockt. Pokémon Let's Go Evoli. Einfach nur für mich und ein bisschen auf YouTube geschaut. Ja, das war schön. So, ja, das ist auch okay. Danke. Und in den Satz. Ja, das war ja genau. Ja, das ist auch okay. Kann man nichts sagen. So, das ist in Ordnung. Danke sehr. Oh, das ist gemein. Das Ritzel kann ich nicht noch. Das Ritzel, ja. Ich kann mich noch an diesen schönen Ritzel Spaß erinnern. Das fand ich so einfach, glaube ich. Nee. Aber es geht. Die ist auf jeden Fall Heilung und Speichung. Das ist gut, danke. Ja. Vielen Dank. Ja. Ja. Ich würde sagen, morgen kommt noch ein schönes Volk. Also, Leute, wenn Montag oder Dienstag oder die ganzen lange Tage, das jetzt nicht besser wird mit der Internetverbindung. Also, es gab schon, wie gesagt, immer mal. Aber diesmal war es echt extrem schlimm. Diesmal war es schon sehr schlimm. Es gab es zwar schon mal, aber nicht so schlimm. Trotzdem. Wenn es so sein wird, nicht wundern, es kommen wieder Videos. Wenn dann die Internetverbindung so schlecht ist, dann könnt ihr euch denken bestimmt. Hey, das ist doch der Mario, oder? Was macht der denn hier im Kastel vom Boss? Was? Das kann kein gutes Zeichen sein. Ich werde erst hinter diesen Teil her. Das war für König Bowser. Überraschend. Ja. Hey, ihr schlafen. Aufwachen. Das ist jetzt hier echt nicht die Zeit für ein Greschen. Musik. Genau. Wir whicheschützen sind bereit, zieh den Feuer. In der Bay-Buy-ю. Das war nicht schlecht. Danke. nicht schlecht danke ich dachte aber es ist nicht so gut okay okay haben wir größte aber es geht schon gut hier hatte wir fliegen mal nach gott hallo danke diesen dieses bett auch also schwer wie er so mit bayern mal nicht mit speichern aber sonst geht's oh gott warum verfolgen mich hallo hallo view warum werden verfolgen mich jetzt geht's ja jetzt geht's aber ich kenne das noch voll schön gemacht ja nicht schön hier auch gemacht so jungen danke ja ich habe mich immer an so ist jetzt glaube ich ja ich glaube doch ja ja willkommen wir machen weiter mal kommen bis weiter kommen frau wie auch sehr danke uns ein tolles spiel bis jetzt gerade hier schön schwierig ich habe auch youtube bis heute wie ich hab's vermisst an sonntag sonntag ist ja nicht immer mein größter youtube tag aber ja leider hat diesmal schlecht funktioniert na gut ist er noch eine tüterin ja wusste ich glaube da habe ich auch bis im gang da habe ich nämlich gar nicht geschickt so früh war so schlecht von mir aber ich habe es mir noch gemerkt lustig ich habe es mir noch gemerkt ach so deutlich und der gute wie der gute youtube so gut youtuber wie wieder let's play ist auch ab heute ich will jetzt auf jeden fall vorhin schaffen es zu ja explain vor ihm das ist ja gut da haben wir jetzt wie gesagt zwei ja gemeinsamkeiten er spielt kein mario ich bin auch kein mario voll cool oder ja wirklich gut oh gott es geht schon danke okay was jetzt ja gut ich mache erstmal alles kaputt genau erst mal alles kaputt machen hier finde ich auch gut danke danke so 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 super nett und daran kämen auch noch andere oder doch doch ich weiß genau ich weiß noch ja das war auch gemeint das war auch ein gemeintes jahr gemeint ist gemeint rätsel aber ich kann es noch ich kenne auch das haus in den pielen stellen hier müssen wir hinstellen ja das war nicht so wie sie gemeint aber warum so warum ich sogar einfach nicht man muss ich nämlich muss nämlich zwei sticker nehmen also einfach zu vernehmen und dann kann man einfach kleben also ich glaube ich bin so froh weil ich das gleich mal gespielt habe ja das display gespielt habe ja privat privat kann man sagen dass wir nicht so glücklich weil ich hier so viel riss noch drauf habe klein hätte ich niemals geschafft oder leute weil ich das jetzt mir noch gemerkt habe weil ich dachte noch ich kenne tritt sie noch deswegen habe ich mir auch gedacht kommen das kann doch funktionieren dann wird auch gut aber man kann auch so okay wo sie nicht gut okay jetzt geht wieder auf ja ich verstehe schon das hat aber nicht so viel oh gott okay ich mache mir das ich mache das mal und dann ja gucken wir mal was ich wollte mal eben sagen wow schon so schnell die 10 runden und die ziel wurden um so schnell stand das finde ich fortan mama schnell aber wer hat auch echt spaß kann man sagen natürlich halt durch danke wo auch liebe dich liebe dich dazu gut gemacht hast du gut gemacht wieder am pilz danke ja leute ja leute ich würde sagen das war es dann für diesen part oder ja dann gehen wir beim nächsten mal weiter und es war schön heute auch nicht mal spaß zu haben eigentlich mal spaß zu haben was alles schön ich glaube ich gehe mal zurück bis gleich also bis zum nächsten mal und ciao war eigentlich ganz toll wie sie kosti you